Ich höre nichts. Jetzt sind wir... Oh, 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 sorry. Ich gehe, ich gehe lieber. Hä? Was ist passiert? Ich habe mal reingetoppt. Sprichst du schon? Ja. Ach, du hörst mich nicht. Ich höre dich nicht. Du hörst mich nicht. Nein, nicht, nicht in-game. Ja, ja, warte mal. Ja, nicht hetzen. Jetzt nicht hetzen. Was hast du gemacht? Warte, warte. Ich habe mir jetzt mitgekommen, weil ich gerade nicht auf dem Tee dran war. Ach so, ich habe dir auch schon in die Fresse gehauen. Ach so, da bin ich ja gewohnt. Oh mein, nee. Ich glaube, habe ich dir auch nicht in die Fresse gehauen? Nee. Okay, dann geht's ja. Nee, das war Wunschdenken. Ah, verdammt. Ja, kenne ich. So, wir sind in Port Rica angekommen. Uh. Hast du überhaupt irgendwas gesagt gehabt jetzt schon? Haben wir schon Anmod gehabt? Ich habe sowas wie herzlich willkommen und halt Showdown gesagt irgendwie. Ich habe gerade nochmal gewechselt auf den Tee-S, weil dann die Qualität einfach besser ist. Du hast die ganze Zeit im Discord bisschen mal lauter und leiser geworden, ey. Geh mir so auf und ein bisschen. Ja, Discord halt, ne? Ja. Nutzt ja keiner. Ist richtig. Alle sind in der Graben geflogen? Ja, 270. Ja, richtig gut. Scheiße. Das ist ja jetzt doof hier. Hm, vielleicht sollte ich nicht hier oben warten, wo die... ...wenn ich flieh runter. Kopf. Ja, die braucht jetzt schon zweimal Kopf, ne? Ja, schönen Dank auch, du Arsch. Hat das nicht. Ja, okay, ich fahrs. Ich war doch mal was gemacht. Wann hab ich denn gemacht? Du Arschloch. Was denn da? Lass den Klappen zu, du machst ja nur Krach. Wollst du die Lampe ausmachen? Die Lampe zu machen. Mach doch mal die Lampe zu. Mach doch mal die Lampe zu, Junge. Es zieht. So, ich würd mal sagen, wir gehen wieder rüber. Zur Kapelle. Zur schnelle Kapelle. Ne, weil nur Krachmacher. Mehr Raben. Hm. 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 Hä, zur Kapelle? Würde ich sagen, oder? Da ist doch gar nichts. Wie, da ist noch ein Hinweis. Der Hinweis Kapellet? Ah ja, okay. Alice Farm ist ein Hinweis. Alice Farm ist auch an, aber ich wollte erstmal zur Kapelle, weil... Weil? Da ist die Wahrscheinlichkeit geringer, dass da vielleicht noch welche sind, weil alle wollen dann eher zur Alice Farm, weil Alice Farm wird von allen Seiten angelaufen. Kapelle nur von ein paar wenigen. Hoffe ich mal. Das Wunschdenken. Wo bist du eigentlich? Ja, ich bin links neben dir. Hi. Hallo. Und wie gesagt, könnt ihr auch immer noch von Puerto Rico rüber, bis wir mal von Skapelleck rüberkommen. Oh, ich freu mich schon, wenn es hier neue Dinge im Wasser gibt. Wird ja auch bald kommen. Oh, nein. Oh Gott. Was? Ich habe immer noch gar keinen... Ah, hi. Wasser. Oh. Nicht da hoch. Vielleicht doch. Oh, ich geh mal hoch. Mach los. Okay. Küsse. Hä, die Runde läuft seit vier Minuten und beide Bosse sind noch nicht down? Das ist ja komisch. Vielleicht haben sie endlich mal auf uns gehört. Nein. Nein. Keine Angst. Toll. Ich habe sie jetzt gejinst. So, wir sind immer noch mit null Komma nichts an Geld unterwegs. Ja. Und haben ja so halbe Gammelhunter. Explosion war 180 eben. Ja. Stillwater? Oder? Ich glaube, ich habe es gesehen sogar. Echt? Ja. Kapelle? Ich sag nicht, da war Kapelle gewesen. Ich will die jetzt... Oh, nee. Ich will die 25 Dollar haben. Okay, der Hinweis ist... Ja, eine Seite von der Kapelle. Die haben vielleicht irgendeinen Boss down. Kein Problem. Du musst nur laut sein, dann geht das schon. Jetzt reiß mir nur unter die Nase. Toll. Ich hätte im Video hinterher so schneiden können, als ob du schuld bist. Toll. Ja, aber dafür brauchen wir genügend Fehler meinerseits. Ich muss immer nicht mal die Flaschplätze löschen mit den... Ah, ist egal. Oh. Hast du gehört? Ich habe viel gehört in letzter Zeit. Was denn? Da hat jemand Schaden bekommen. Ernsthaft? Ja. Weit weg? Auf 195. Naja, soweit, dass ich es gehört habe, ne? Ich darf nur den Hinweis haben. Ich bin hier gerade so lebensmüde, ich renne hier gerade einfach über das Ding. Also nicht rennen, sondern kriechen. Und das hat Schlimmer daran. Oh. 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 Hier war auch schon einer dran gewesen. Okay vielleicht sind sie dann weggegangen? again. Ja höchstwahrscheinlich sind die weggegangen. höchstwahrscheinlich war dann noch die, die du gehört hast. Warte mal eben ganz kurz. Ich habe an Kapelle mitgenommen. Nochmal Raben. 225, 255. Immer genau, wenn ich in meiner scheiß E-Sicht bin. War aber auch nicht weit weg gewesen. Warum ist bei uns halt eigentlich nie ausgegraut? Oh, da ist so ein X dran, okay. Das ist laut gewesen. So, machen wir zu Alice Farm rüber? Oder so mal Stillwater? Was meinst du? Ähm, I'm Stillwater. I'm Stillwater. Okay, Alice Farm. Ich stelle nicht mehr solche komplizierten Fragen. Alice Farm. Alice, Alice. Toll. Hast du ein Gewitter gehört? Das wäre schön, wenn es wirklich Gewitter geben würde. Wir hatten Gewitter gestern. Nee, das ist überhaupt nicht. Das ist ein Scheiß von mir. Ja, das ist aber auch kacke. Vom Himmel oder was? Ja, so ein komischer Feuerball, der im Himmel ist. So ein Feuerball-Junge. So, gehen wir jetzt Alice Farm oder? Äh, das, was am nächsten ist. Ja, wo die ganze Action war. Wollen wir dann nächstes Mal wieder im Hellen machen? Wenn wir eigentlich da... Dann gibt's Eis. Wenn du... Ähm... 210, ne? Was ist da? Du hast direkt einen Hinweis. Ja, still waters nehmen wir uns. Da wollte ich ja nicht hin. Doch, hab ich doch gesagt. Das ist direkt von der Nase. Okay. Weißt du das? Böde! Okay, machst du das? Ja, ja, klar. Gut, ich auch. Ich hab mal gesehen, dass der rausgekommen ist. Und das hab ich auch da reingeworfen. Ja gut, aber wo ist dein Kollege? Ich denke da, du kannst nur noch looten, ne? Uh. Oh, wir haben noch nicht hier. Müssen los. War der alleine, ne? Äh, wir waren zu zweit. Einen hab ich da drin erledigt und du hast ihn da draußen erledigt. Ne, ich hab auch ne Granat reingeworfen. Ja, aber ich wusste ja nicht, dass er... Äh, Dynamit. Ach, lol. Wird doch doch. Aber pass auf, die, äh... Ich kann nicht... Ja, okay, auch nicht. Genau. Genau das. Wie, wie genau? Woher wüsstest du das? Pass auf. Ja, hinten 165 am Heu. Hinterm Heu. Guck mal, dass ich ne erhöhte Position bekomme. Hier ist doch was. Nein. 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 Der schleicht sich, der schleicht sich hinten rum. Wo? 150. 150 am Weg. Ich weiß nicht, ob der down ist. Ich hab ihn einmal gerade... Ne, der rennt zurück. Jetzt hab ich ihn, glaub ich. 150, 165. Was gehört, ja? Ich seh's leider nicht. Außerhalb, ja? Ja, ja, hinten am Zaun. Ja, ja. Ich seh aber auch keinen Partner gerade. Ich auch nicht. Ich guck, ob ich Bewegung dahin sehe. Yay! Das war aber ein bisschen Geschwindigkeit aus dem ganzen Game hier, ne? Je mehr down sind, desto weniger wollen die Bosse machen, ne? Okay. Okay. Ich sehe sonst keine Bewegung. Sieht man den hier liegen? Ne, sieht man nicht. Ich würde einen Umriss da sehen, wenn da einer hinlaufen würde nur. Weil da hinten ein Nebel mehr ist. 165, keine Ahnung wie weit das weg ist. 70 Meter oder so. Also von hier aus würde ich es gerade bis auf 165 hinterm Zaun. Man�� Clock Mac也是 1-11-16. 293- Alice Glass. 2921-24. 349-24. 391-26. 356-25-24. was denn auch nichts ich würde am liebsten kann man kurz hingehen muss man looten oder so ja pass auf die folie irgendwo irgendwo hinter und nicht ich habe tnt wieder bekommen ist auch mal looten ich glaube dann komme ich doch guck gerade ob ich irgendwo ein verkehrchen sehe tnt hast du aufbekommen im diamond light hast du aufbekommen yes ach schön ok aber warum lebt denn noch einer oder was ich weiß nicht jetzt gibt es nochmal zum nachfüllen muni guck gerade ob ich irgendwo eine fackel finde die kiste wurde zweimal unten gelootet und waren die da unten drin mh 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 hier irgendwas noch mal gehört? Äh, nee. Und hier wollen wir hier so rum. Ich finde einfach keine Lampe. Bären fallen, finde ich, aber keine Lampen. Kann doch nicht sein. Ich muss schon eine Lampe hier rum. Na ja, dann... Das ist egal, lassen wir den liegen. Äh, lassen wir weiter. Ich würde mal sagen, wir gehen erstmal zur Endesform. Jetzt am nächsten. Alles klar, Mann. Oh, hier liegt einer. Wieder liegt einer. Ah, hier auch schon wieder. Ah, blöd. Echt? Ach so, ich habe gesagt, du hast so einen Spieler hier mal gesehen. Wie Spieler? Ich habe gesagt, du hast so einen Spieler liegen gesehen. Spiel dich ja gar nicht mit. Ich weiß es nicht. Finde ich dann auch aus. Sie schmeißen sich immer am Boden. Ah, wow, 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 wow. Was? Äh, 315. Aus dem Gebüsch oder was? Ich weiß nicht. Vielleicht waren das auch nur Augen gerade, aber... Wie, was hast du denn gesehen? Ah, das sind Hunde, Alter. Hä? Äh, wieso? Hast du die leuchtenden Augen gesehen? Ja, aber das sah eben nicht so aus wie leuchtende Augen, sondern erstmal wie... Wie irgendwas. Ich wollte gerade sagen. Ja, hier sind zu viele Hunde. Sie sind auf dem ganzen Feld verteilt, pass auf. Auf dem Feld? Rechts von uns aber. Ja, ja. Ja, da sind mindestens drei Stück sehe ich gerade. Erst mal gucken, wo wir am nächsten rankommen. Lockbearer, Alice, fahren wir oder irgendwas. Ey, von Weitem sehen die Augen nämlich echt manchmal total kacke aus, ey. Ne, ne, die sehen da von Weitem nicht so aus wie leuchtende Augen. Ich tue es einfach keine Ahnung. Na, was sehen die da los? Was linksrum? Nach Menschen. Die Hunde sehen aus wie Menschen? Eine philosophische Frage. Und Hunde auch, die Menschen. Ja. Ja. Das hat man gar keine Hundesteuer, sondern Menschensteuer. Ja, so ist das nämlich. Ey, ich will es trotzdem sagen, wir gehen nach Lockbay. Lockbay, 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 Locky, ja. Und dann gucken. Ob es ruhig bleibt. Ich weiß nicht, was. Okay. Wie viel haben wir jetzt da unten? Drei. Drei, ja. Wobei wir jetzt nicht wissen, ob der andere nochmal geholt wird. Ja, gut. Dann wollen wir nicht gleich die Rahmenhafen. Das ist aber auch ein Krach, ey. Entschuldigung. Boah, ich will das schon wieder für Geräusche. Boah, war mal eine Bohnensuppe. Schmackofatz. Fürs Wochenende und für die Woche gibt es sogar einen Dünster, der entkommen wird. Warten wir mal ganz kurz. Ich habe nichts gehört, weil der gerade nur im Raum gespielt hat. Was gibt es am Wochenende? Ein Dünster. Es wird gedünstet. Ist das nicht toll? Habe ich noch nie gehabt. Also nie gemacht. Glaube ich zumindest. Wisst ihr jetzt nicht. Das ist einfach nur die gesunde Form. Nicht so viel Fett und alle Vitamine bleiben erhalten, weil nicht im Wasser. Was wird denn da gedünstet? Pommes? Was dünstet man denn? Alter, das ist jetzt ein Witz. Wir haben jetzt zwei Mudmans auf dem Hinweis. Ja, das war Würmchen. Oh oh. Ich dachte eben, ich hätte Norden was gesehen. Bin mir aber nicht sicher. Oh, wie du siehst. Ich kacke und bin hinter mir. Das Problem ist, da ist noch ein Mudman in der Ecke. Ich glaube, das macht dem einfach nichts. Du kannst da alles reinknüppeln, was du hast. Dann drehen wir noch da hinten in der Ecke. Das ist ein Witz. Ich komme da nicht hin. Ich komme da echt nicht hin. Ich habe auch nicht... Ich habe auch nicht die Dinger dabei. Auf der Fass. Ja, wo das Fass ist, ist auch wieder laut. Ja, das Problem ist, da ist der andere noch in der Ecke. Da steht halt noch einer. Das Ding ist leer. Ich stelle den in der Kiste hin. Hallo. Na du? Jetzt kommt der andere auch. Oh oh. Da muss man auch kurz mit dem weg. Vielleicht kann ich dich ja weglocken. Vielleicht kannst du ja dann mal... Kommt die runter? Leg dir mal eine Pfanne hin. Vielleicht macht der mit dem ein bisschen Damage bei denen. Nicht auf die Pfanne schießen. Habe ich nicht. Oh, ich kann kommen. Na gut. Jetzt können wir auch noch Fass schießen, wenn er da ist. Ganz ehrlich, ich komme da so nicht hin. Ich stelle halt immer noch da. Ach, nö. Nö, 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 nö. Aua. Er kennt den Weg. Ich wollte gerade sagen, na, na, na. Er kennt den Weg nicht. Wow. Ja. Er kennt den Weg. Renn, 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 renn. Renn, 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 renn. Ich bin jetzt schon mal raus. Dann muss man ganz kurz einmal raus haben. Der gammelt halt immer noch in seiner Kacke rum. Warten mal, komme ich da irgendwie so dran? Nicht wirklich, ne? Ja. Ich glaube, das ist ja gar nicht von draußen, ne, drauf springen. Kommt, kommt, kommt! Er hatte ich nicht auf dem Tor gehabt. Hast du Damage bekommen? Nein. Alles gut. Dann ist ein anderer Spieler, der Damage bekommen hat. Schade für den Spieler, echt. Oh, er ist hinter mir! Er ist immer noch hinter mir! Er ist immer noch hinter mir! Ringeringerose. Was ist denn hier? Geh weg! So sportlich bin ich auch nicht! Block mich! Ich weiß ja nicht mehr wohin. Hast du einen Platz? Nee, du? Weil die da noch einen rumläuft. Hast du die Falle durch? Hast du mich jetzt echt ausgeschlossen von außen? Nein, der steht grad zu doof oben. Der ist down! Warte! Moment! Moment! Den können wir nicht mehr nehmen! Die haben gerade den Butcher gemacht! Ja, geil, Alter! Ach wirklich! Ach wirklich! Die haben gerade den Butcher gemacht! Dazu sind wir die ganze Zeit hier mit diesen Klopsis am rummachen, ey! Sollen wir die jetzt machen oder sollen wir den einen Hinweis noch holen? Ne, wir holen jetzt Hinweis! Wir wollten looten! Ja, komm! Blöderweise brauchen wir wirklich gerade das Geld! Und da ist jetzt erstmal das das Wichtige, Arab! Wir haben ja noch die Chance auch jemanden zu bekommen! Hm, die Spinne! Ich glaube die Spinne! Okay, dann Slothaus! Da haben wir noch einen Weg vor uns jetzt! Ich hab die gar nicht gehört, als sie die gemacht haben! Waren die so leise unterwegs? Ja, Mann! Hm! Ich bin gerade am Schwitzen! Ich löse mich gar nicht auf! Schwitzen! Das ist echt hart hier! Ohne die Virenator zu sitzen! Darf ich mal niemandem erzählen, wie ich hier gerade sitze! Oh, musst du ja wieder einen FSK 18 machen? Ja! Da ist schon FSK 21! Wie siehst du denn da? Oh, erzähl's nicht! Erzähl's nicht! Feurig! Aha! Äh... Alter, warum explodiert hier denn so viel auf einmal? Krass! War jetzt nicht geplant! Das irgendjemand unseren Buttscharm wegnimmt, war auch nicht geplant! Ja! 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 Warte! Ja! 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 Okay, der Hinweis ist da oben drin. Warst du das da hinten? Ich hab gar nichts mehr, ich bin im Haus drin. Was ist denn da hinten gerade explodiert? Weiß ich nicht, ich hab's nicht mitbekommen. Ich geh mal von Haus Superstar gewesen oder nicht? Dann war es aber nur ein Versehen. Ähm, einer hat nur das Ding mitgenommen. Wollen wir jetzt mal ganz kurz zurückgehen? Okay. Lass uns mal gucken, vielleicht kriegen wir eine Bounty auch noch, wenn der Typ alleine war. Okay. Machen wir mal. Machen wir mal. Weil wir haben ja noch 29 Minuten Zeit. Wir haben noch 29 Minuten. Nach der letzten Folge sollten wir euch dieses bieten. Deswegen werden wir jetzt noch weiterspielen, um euch mehr Unterhaltung zu präsentieren. Präsentieren. Ähm. Ähm. Amen. Ah, der ist gleich im Ausgang. Der ist leider gleich im Ausgang. Lass mal ne Kirsche gehen. Ne Kirsche? Ne Kirsche. Auf, 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 auf die Torte. Ja, wir sollten auf jeden Fall mal auf die Torte Kirschen essen. Essen. Ich mag aber keine Kirsche. Du isst jetzt Kirschen. Du isst jetzt Kirschen. Ich mag keine Kirsche. Ich mach keine Kirsche. Kannst du da, kannst du da, kannst du da auch mal ankommen? Komm mal. Kein Ernst. Das ist doch jetzt nicht gebrannt, oder? Ja, ich habe jetzt ein Ding verloren. Alter. Das ist, die müssen wirklich die Raben runtersetzen. Das kann ja nicht sein, dass hier eine Million Raben einfach rumhängen. Das ist echt. Ich muss dir nachher mal was zeigen, was man mit Raben cooles machen kann. Der ist am Ausgang leider schon. Den kriegen wir leider nicht mehr. Der ballert halt noch da rum. Ah, da ist der. Oh, der ballert auch ganz schön rum, ne? Hm, wie ein Heifer? Heihad- fㅎㅎ Heifa-schmeife. Sag ich immer. Passt ja gar nicht. Sag ich wohl. Na, hat der Typ den ganz alleine gemacht? Da hätten wir auch pushen gehen können. Mist. Puschen. In die Pushen. Ähm, Hundis. Der Nikros, 13. Aber kann das sein, dass der da irgendwie alleine ist? Nee, der ist raus. Gott, ist da ein Weg. Wir müssen noch so viel laufen. Ich konnte dem Pferd leider nicht mehr helfen. Hast du denn den Lasani rausgemacht? Ja. Cool. Komm mal. Würde, ich brauche mal kurz Hilfe. Ah, okay. Schon gut. Kannst mich nicht auch noch an. Wait. Na, der wo? Hundis. Ach, ne. Komm mal die Hundis an. Gibt's ja Wohinheit. Wie der Hund, wie der Hund in den Rahmen geflogen ist. Nee. Nicht wirklich. Was denn? Nichts. Hast du gemacht? Auch nichts. Du hast nichts gemacht? Alter, nein, nein, alles gut. Danke. Wer ist denn jemand? Ja, dann würde ich sagen, Catfish, ne? Ja, Mann. Oh. Was denn? Ach, nichts. Kommt einfach nur so viele Spaten hier an. Ich hab das nicht zu. Ich hab keinen Bock mehr auf die. Ey, ohne Spaß. Ich muss mal kurz Ausdauer auftanken. Meinst du, hier ist immer noch jemand? Ja. Ja. Du bist doch. Ich bin ja nicht zu nerven. Das mit Dynamit hochjahren. Bist du denn? Wir wollen doch Catfish, oder? Catfish. Catfish. Catkarfish. Du rennst da hinten schon. Catfish. Ist das für ein Lied? Kein, ich bin Musiker, ich kann improvisieren. Nee, kannst du nicht. Das war doch einer der Welthits. Kannst Welthits improvisieren? Einer der zukünftigen Welthits. Sind oder sind der Schmelz-Hits? Das hat er der Teufel gesagt. Ja, gefühl hat mich auch. Ich kann nicht mehr rennen, ich bin kaputt. Ich bin echt mal gespannt, wann der nächste Patch kommt. Nein, ich weiß, wo ich gerade drüber renne. Sind hier nicht die komischen Hunde? Die komischen Hunde. Sind die Hunde weggemacht? Ich lasse da rumschreien. Ja, und so und so, ne? Alter, läuft. Ich hab jetzt hier eins plus zwei. War das du? Ich hatte eins plus zwei gemacht und hab dann drei Heils. Drei Heils? Mhm. Das ist cool. Drei Heils hätte ich auch gern. Nein, der schreibt mir schon wieder so einen Vogel an. Ich hör dich drüber. Gott, ich bin hier am Hicheln und am Rücheln und am... Da hätte ich noch weggekommen müssen. Der hätte uns holen müssen. Ach, jetzt sehe ich die irgendwie mal wieder. Warst du gerade im Boss? Ne, ne. Ich hab hier gerade... Ich frag mich, wie hier gerade die Luft ist in dem Spiel. Ob hier schon kühl ist oder stickig? So stickig wie bei mir. Da kann ich mich echt gerade gut da reinversetzen. Ah. Oh, Leiter. Soll ich dir da mich vom Kopf werfen? Hast du die gefunden? Guck gerade, ob sie hier... Wir könnten beide Dynamite abwerfen. Ah, ich glaub, sie ist oben. Ja, wo? Okay, die hat gut. Die könnte oben an die Decke hängen, aber sonst... Ne, erste Etage, so gibt's ja leider nicht. Hm. Hm. Ne, ich sehe sie auch nicht. Das ist süß. Das ist halt nur... Ich sehe sie halt irgendwie rum an. Binnie. Binnie wird geboilt. Er hat zwei. Ah, spinn ich von dir. Ich bin vergiftet. Oh. Ja, gut. Hab's dir echt erwischt? Ja. Mal warten, bis die Vergiftung herweg ist. Ja. Soll ich gleich mal auf. Sind ja keine Fackeln, irgendwas? Dass man die vom Kopf werfen können? Okay, die haben oben... ...hingesaubert. ...hingesaubert. Mit so'n kleiner Embrenner. Hm. Hm. Binnie. Mal, warum sie die Tür laufen. ich hab die jetzt aber nicht getroffen oder du hast mich so weit schon getroffen der einen Riegel weggeschmissen Spinni ist mir nicht so schnell Spinni ist mir nicht so schnell ich will aber noch weiter drauf schießen dann mach doch ich hab nicht gesagt dass du nicht nur schießen darf es hört sich aber trotzdem an wo willst du denn hier? ich dachte sie kommt voll direkt immer kuscheln einmal direkt wenn du gleich mal draußen Raben siehst muss ich dir was cooles zeigen ich seh Raben wo denn? ich höre Raben oh Gott der Raben ist holl ey warum gehen die Dinger wieder aus? wenn man die wirft hab die doch nicht im Wasser geworfen oder? welchen Ausgang nehmen wir denn? auf der dritten Ausgang hier ja so wo haben wir Raben? wo haben wir Raben? und sitze hier herum wieder bumm ich sing ein Biber Butze Mann der nimmt es mir nicht from Biber Biber Schmutzemann Schmutzel 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 sag ich immer der Biber Butze Hucke Futzemann Gotax komm doch schnell heran boh 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 wir haben noch ganze 14 Minuten Mensch sonst geht es ne sonst geht ne Folge bei uns nur 14 Minuten haben wir ja richtig Glück gehabt diesmal was machst du denn? ja ich hab grad zum Mudman weil ich grad nicht grad Raben gesucht hab hier sind aber keine Raben mehr doch hier sind welche komm mal her komm mal zu mir ich will mal was ausprobieren komm mal her komm mal her so Richtung Richtung 75 Osten ja ja immer gen Osten ne ja wir müssen am Rechten gucken so ähm tief in Osten warte laufend so schnell so fliegen weg warte 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 siehst die Raben? ja mega mega gut ne? boah gut hab ich vielleicht jetzt mal irgendwo gesehen gehabt fand ich gut hab ich jetzt verbraucht dafür? ich weiß es ist jetzt mal jetzt doof obwohl ich kein nur da ich ja keine Kohle hab ach komm muss jetzt mal sein das ist ja gar nichts bespannendes in der Runde passiert hier das steckt ja gar nicht ich hab fast nur 10 Sekunden ne ich hab noch extra 2 Sekunden von dem anderen übrig gelassen weil ich dachte mal gucken ob ich dann 12 Sekunden hab aber ich hab immer nur 10 das nehm ich jetzt mal sehen das nehm ich jetzt mal sehen hmmm das gibts ja wohl net doch ey ey darum verlieren wir immer warum? weil du nicht tust? warte 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 ey nicht die Ramme schießen ey weißt du denn darum verlieren wir immer warte aber ey geht das überhaupt? oh es geht wirklich wo 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 105 105 105 schnell hä? was ist da? haben wir gut Glück gehabt was fand er? Gegner quatsch hast du dich umgeschaut? ne hm wie wirklich hast du das? war der wirklich Gegner? mhm hast du das aufgenommen? ne der war ein Gegner? ja ich verarsch mich gut guttags haha waren keine Gegner 105 das Problem ist ich weiß nicht ob du mich verarschen willst oder nicht das ist immer schlimmer dran vielleicht du bist unmöglich ey aber ich guck jetzt nach ne da waren keine Gegner sonst würden hier beistehen wie 2 2 tier 1 2 tier 1 2 tier 1 und wo ist der dritte? hä? oder lag der eine sogar schon? weil vielleicht wurden die ich glaube die wurden von dahinten beschossen es kann sein dass der eine schon lag ja weil ich auch nicht mitbekommen habe dass irgendeiner damage bekommen hatte von deinem dynamit deswegen ja deswegen habe ich auch nicht mitbekommen dass überhaupt einer totgegangen ist hm hm doch ich dachte ich hätte schon einen Schrei gehört aber der hat mich ausgeriehen der Schrei war doch noch und wo nur 2 und damit ja beenden wir die Runde? beenden wir schon? du hattest ja schon? ja gut ich würde sagen ja ich habe keinen bock mehr zu unterhalten jetzt hier ja würde nie ja ey komm du weißt doch ganz genau wie die sind genau ja gut dann ey und warum nicht das und euer Elm ist kacke und äh bödes Stimme klingt kacke ey sag ich doch sonst nur das Gesicht ist blöd verdammt jetzt weißt du dass ich immer die ganze Zeit nur kommentiere ok ach verdammt vielen dank fürs einschalten tschüss tschüss war ein Showdown ich muss hier raus tschüss hm 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 hm